Hallo, mein Name ist Sandro P, ich bin Pflegefachkraft in der Altenpflege und ich finde, dass der Pflegeberuf am Menschen einer der wichtigsten Berufe weltweit ist. Ich selber hätte niemals gedacht, dass ich einmal ein Altenpfleger sein werde und das mit ganz großer Leidenschaft ausübe. Ich hätte auch niemals gedacht, dass aus mir eine Persönlichkeit wird, wie ich heute bin. Ich hätte niemals gedacht, dass der ältere und kranke Mensch für mich einmal sehr, sehr wichtig erscheinen wird. Ich hätte auch niemals gedacht, einmal zu der wichtigsten Berufsgruppe weltweit zu gehören. Ich hätte auch niemals gedacht, meinen eigenen Kindern zu raten, in die Pflege zu gehen. Der Beruf ist wirklich sicher. Wir werden immer alte und kranke Menschen haben. Wir werden immer alte und kranke Menschen haben, die uns brauchen. Wir werden immer alte und kranke Menschen haben, für die wir da sein müssen. Wir werden immer ein kranke Menschen haben, die Bis dahin caracter werden. Wir werden immer alle Bedrohers van Sport, wosi Doing-Wкого